Willkommen zurück hier bei Fallout 4. Ich hab mal eben in die Aufnahme kurz reingeguckt und die Qualität war echt nicht so geil, also ähm, tut es mir leid, aber ich kann das jetzt alles natürlich nicht nochmal aufnehmen. Ich hab die Einstellungen jetzt einfach mal noch ein Stück höher gesetzt und ich hoffe mal, dass das so klappt. Ich muss mal eben den Timer neu stellen, so. Und das, äh, das machen wir jetzt mal nicht. Ich hoffe, das passt mit den Einstellungen jetzt irgendwie ein bisschen besser. Ansonsten muss ich mir da tatsächlich was anderes einfallen lassen, ansonsten läuft das nicht so gut. Notfalls muss ich irgendwie auf ein bisschen Dynamik im Bild verzichten und komplett extern aufnehmen. Das ist dann so der nächste Plan. Oh, Piper ist wieder da. Och ne, wieso gehst du auch noch auf die... zu, drauf. Der bringt dich ja nur um, pfff, easy going. Ich hab da irgendeinen Sniper im Moment, den hol ich mir mal eben. Ähm, Waffen. Scharfschützengewehr hier. Mit Alt kann ich den Atem anhalten. Das scheint ja mal so richtig krass zu helfen. Boah, ich treffe die auch alle so unheimlich gut. Ich hab keine Ahnung, ob ich die überhaupt treffe. Ähm. Das scheint schon ein bisschen besser zu funktionieren. Was zum Teufel? Da läuft einfach jemand zwischen denen rum. Alles klar. Okay, wir haben nur noch einen Schuss. Der muss jetzt sitzen. Oh, nice. Das Auto brennt. Ich könnte den Mann küssen, der das Teams erbunden hat. Dann mach das mal. Ähm. Und sich mit denen anzulegen. Das ist jedes Mal einfach aufs Neue dumm. Aber die hört auch einfach nicht. Und, ähm. Fängt dann einfach was mit denen an. Und, ähm. Das ist total intelligent von der auf jeden Fall. Okay, der ist weg. Der auch. Und was macht der da? Okay. Das interessiert uns nicht. Tschüss. Ich hoffe halt eben, die Qualität ist jetzt besser. Weil ich hab das nochmal um ein paar höher gestellt. Also man kann halt eben das Ganze so einstellen. Ich hoffe es mal. Aber ich bezweifle das. Weil ganz ehrlich, wenn man eine 44 Minuten Datei auf 2 GB presst. Das ist nicht so nice. Vor allem bei 4K Auflösung. Also tut's mir leid, dass die Folgen von der Qualität nicht so geil waren. Aber. Ich versuch das soweit es geht noch anzupassen. Nur durch. Man kann's halt eben nur durchs Probieren machen. Ansonsten nicht. Genauso wie ich hoffe, dass die Dateien synchron sind. Ansonsten. Wär das nicht so gut. Und. Okay, bitte erschießt mich nicht. Ich geh da jetzt rein, bevor das explodiert. Ha. Oh oh. Nicht gut. Hey, sie sind hier. Was? Der ist auch noch gepanzert. Alles klar. Okay, als ob. Okay, dafür hab ich auch keine Munition mehr. Das seht ihr immer besser hier. Dafür hab ich 15. Die Munition wird jetzt wieder knapp. Komm. Was zum Teufel ist mit der Maus manchmal los? Vor allem, wie der auch einfach nicht drauf gehen will. Wie viele noch? Wie viele bitte noch? Wie viele denn noch? Okay, da steht jetzt noch einer auf. Okay. Meine, ähm, Munition ist mal wieder am Ende. Und ich mach jetzt den hier. Komm. Komm schon. Shit. Jetzt hab ich die Aufmerksamkeit natürlich auf mich gelenkt. Ich schlag mich nicht auf, damit mich zu schlagen. Stirb. Stirb einfach. Nein, ich sterbe sonst. Oh Gott, scheiße. Wann wurde das letzte Mal gespeichert? Ich hoffe vor kurzem. Ansonsten wäre das echt fail. Okay. Das geht ja noch. Ich glaub, ich mach das jetzt echt mal so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Das ist mir nämlich einfach ein bisschen zu dumm. So wirft man doch. Alles klar. Okay. Dann schlag ich den halt jetzt tot. Habe ich kein Problem mit. Ich schlag zurück. Bitteschön. Ich sterb zwar jetzt, aber, äh, ist mir egal. Okay, ich mag die Perspektive gar nicht. Aber es ist vielleicht so ein bisschen einfacher zu schießen. Und zu sterben. Alles klar. Hm. So. Wie wirft man denn sonst Dings? Blicke ich gerade nicht. Mir erst recht nicht. Just talking. Ähm. Jetzt bin ich mal wieder am Arsch. Komm. Der ist auch noch gepanzert. Die wollen einen echt verarschen. Shit. Jetzt wäre ein Messer mal ganz nice. Oh shit. Jetzt bin ich auch noch in Steam gejoint. Ähm. Ich stirb. Ich stirb. Ich, äh, nutze mal meine Kampfgebiet-Dings-Dings-Boomens. Ähm. Um wegzulaufen. Da kommt schon einer. Okay, hi. Und tschüss. Einer ist hier noch. Fuck. Kriegsgeld. Keine Ahnung, ob wir damit überhaupt was machen können. Oh shit. Gegeben. Das, was halt eben nicht so schön ist, ist, dass die einfach mal eben easygoing Türen öffnen können. Also, das ist nicht so geil. Ich hoffe mal, Piper überlebt das da unten. Und stirbt jetzt nicht. Wo ist die gut überhaupt? Ach da, okay. Die hat sich selbst geholfen. Mein Gott. Sieh nur, wie viele dieser Dinger sie umgelegt hat. Alles klar. Ich glaube, da hinten gab es jetzt nichts mehr. Kronkorken. Das ist mal nice. Okay, jetzt können wir aber nicht mehr rennen. Bei Diverses. Bei Schrott. Das könnten wir rauswerfen. Zweierkugeln auf jeden Fall. Achterkugeln. Die ist leer. Das heißt, wir brauchen die auch nicht mehr. Reicht das? Nö. Haben wir irgendwelche Waffen, die wir doppelt haben? Davon haben wir zwei. Davon haben wir zwei. Und davon haben wir auch zwei. Ja. Jetzt ist besser. Schade, gesperrt. Ich muss mir echt noch die Tricks aneignen. Da gibt es so Tricks für, um das Ganze zu hacken. Treffer drei. Cool. Okay. Sicherheits-Türsteuerung. Öffnen. Türen werden geöffnet. Okay. Hast du es schon mit einem Reboot des... Oh. Schon erledigt. Ja. Wo landen wir jetzt? Das ist die Frage. Und ich werde halt echt versuchen, jetzt meine Einstellung noch mal so weit es geht mit dem Programm zu optimieren. Obwohl das in den bisherigen Aufnahmen, die ich bisher damit gemacht habe, total gut aussah. Oh, shit. Irgendetwas schießt hier. Ich gehe dann mal weiter. Jetzt sind wir in der Kaserne. Da wird es bestimmt total leer sein. Mit Sicherheit, als ob. Och, nee. Ey, das war so klar. Nerv mich nicht, du Vieh. Ähm. Hilfsmittel. Ich glaube, die Gesundheit steigt. Aber wir brauchen mal wieder ein bisschen Red Away. Die Strahlung hat halt jetzt echt schon fast die Hälfte erreicht. Das ist so ein bisschen das Doofe. Hör auf damit, hör auf damit, hör auf, hör auf. Hör auf damit. Ich schlag da jetzt einfach mal drauf. Shit. Shit, 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 shit. Jetzt haben wir dafür auch keine Munition mehr. Toll. Ich hätte es mal speichern sollen. Kann ich das nicht hier auch hier? Okay, äh, das geht hier jetzt raus nicht. Speichern. Raus, 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 raus. Vor allem, wie schnell der jetzt auch ist. Ist der Geist krank? Shit. Nein, nein. Okay, wenigstens habe ich noch gespeichert. Und der steht auch noch wieder auf. Alles klar. Alles klar. So schnell kann man sterben. Okay, speichern. Essen. Inventar, Hilfsmittel. Hilft das irgendwie dagegen? Nee, das gibt uns, glaube ich, nur noch mehr davon. Ich glaube, wir sollten einen lokalen Arzt aufsuchen. In naher Zukunft. So schnell wie es geht. Ich muss mir echt mal eben eine stärkere Waffe suchen. Die Pistole hilft uns einfach nicht viel. Wir haben da so ein neues, lustiges Gewehr bekommen. Wo ist das? Da. Dafür haben wir sogar ein bisschen Munition. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Toll. Oh oh. Okay, das Vieh ist weg. Und die Waffe scheint gar nicht mal so low zu sein. Was ist das? Okay. Burgundrudeflasche. Okay, ähm. Das erklär ich sicher nicht. Shit. Alles klar, als ob die hier einfach mal eben so rüber rennt. U-Bahn-Marke. Ich glaube, die fährt keine U-Bahn mehr. Jet. Das ist doch diese komische Droge. Die brauchen wir nicht. Shit. So. Also das Ding, das ist schon... Das ist schon ganz nice. Willst du nicht die Tür von innen zumachen? Dann mache ich sie halt alleine zu. Ist sie wieder tot? Nö, ausnahmsweise mal nicht. Wo denn? Da unten. Oh shit. Alles klar, leuchten da. Arschen. Jetzt mal ernsthaft. Wollen die mich verarschen? Shit. Oh nein. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Verrück. Genau so und nicht anders. Speichern. Der hat natürlich auch einiges dabei. Boah, ich dachte gerade schon. So ein Vieh steht wieder auf. Das ist echt krass hier. Hier kann man echt nur rumlaufen und OO rufen. Red away, oh zum Glück. Okay. Wo ist das Zeug? Äh, bei Hilfsmitteln müsste das ja sein, oder? Da. Red away. Wo haben wir es? Da. Jetzt warte ich mal eben, bis das weg ist und nimm dann mal ein Stimpack oder wie die Dinger heißen. Darf ich mal? Ansonsten ist da unten anscheinend nur noch die Tür. Es geht ja gar nicht alles weg. Jetzt bin ich traurig. Ist jetzt auch das Letzte. Aber jetzt sind wir hier. Yay. Shit. Wie oft muss ich das Vieh denn bitte treffen, damit es stirbt? Wie oft? Hundefutter in der Dose. Das können wir sehr gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Obwohl es ja auch Menschen geben soll, die Hundefutter essen. Aber, naja. Wie mir es schmeckt, ne? Ich möchte es lieber nicht probieren, obwohl... Obwohl ich die Menschen, die das tue, ja nicht verurteile. Komm schon, Blue. Ich nehm dir was ab, bevor du noch zu kommen brichst. Wo bist du? Hey. Hey. Als ob ich die Befehle auswendig kennen würde. Ähm. Den kann sie haben. Den kann sie haben. Den kann sie haben. Den kann sie haben. Das kann sie haben. Genauso wie das. Hey. Handeln. Ne, ich geb dir was Bestimmtes. Das kannst du auch haben. Davon haben wir zwei. Davon haben wir zwei. Ach, dass wir neben uns die Sachen shit. Wir müssen die ja von hier da rüber packen. Ups. Ich geh jetzt einfach mal wieder durch, wovon wir alles zwei haben. Patronen. Patronen. Brennstoff. Davon haben wir sieben. Dann soll sie alles nehmen. Den kann sie haben. Die Karotten, die brauchen wir ja noch. Stimmt. Wo ist sie? Da. Das kann sie auch haben. Genauso wie den ganzen Kram. Das kann sie auch haben. Den kann sie dann auch haben. Genauso wie das. Das. Ne, die Zuckerdinger hätte ich. Ne, die kann sie auch haben. So, passt das jetzt? Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt noch hier raus. Und dann beende ich die Aufnahme mal für heute. Und ja, dann mache ich das einfach jetzt schon im Endscreen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.